Mission 6. Red Library Offices. Und los geht's. Unser... unsere Aufgabe ist es, mal wieder Leute zu retten und auch eine bestimmte Person. Und natürlich wieder alles abknallen, ne? So, wo gehen wir lang? Geradeaus. Ja, es gibt nur einen Weg, oder? Geht ihr weiter? Ne. Guck mal runter. Der Boden sieht komisch aus. Der sieht gar nicht aus wie Holz. Da ist ein... Raum, der leer ist. Okay, rein. Schön was. Erst mal schön rumschreien. Oh, nein, nein, nein. Oh, du Arschloch. Hast du getroffen? Am Bein und am Kopf. Aber du stehst doch. Kann froh sein, dass ich noch lebe. Aber ich glaube, ich bin langsamer. Da kommt noch einer. Oh, Alter. Der hat mir... Der hat mir in die Brust geschossen. Kranke Scheiße. Die hat mir in die Brust geschossen. Ich bleib hier hinterher. Erstmal. Oh, komm. Hier. Suspekt, kill den Crossfire. Auf die Knie. Auf die Knie und Blas. Was wollen sie denn? Nein, der ist ein Kerl. Ach so, Entschuldigung. Ah, wie. Deswegen hat sie weh. Der hat eine Shotgun. Pass auf. Don't just stand there. Die kann doch noch nicht mal sehen. Die weiß gar nicht, ob wir stehen oder liegen oder... Oder über die Decke schweben oder sonst was. Oh, hinter dir. Oh, komm her. Ich habe doch gerade hingeguckt. Ach, da fällt der. Ich habe doch gerade hingeguckt. Da war nichts. Der muss da durch den Gang gekommen sein beim Kopierer. Über die Aussuchung gehen wird es euch besser. Save me. Nein. Oh, mein Gott, ich kann einen von den Shootern sehen. Können Sie mal die Fresse halten? Da ist ein Weib von meinen Eltern. Eine Frau, Mann. Sie haben alle den gleichen hässlichen... Warte, ich nehme den... Oh, ich nehme den Typen fest. Oh, mein Gott. Ich kann einen von den Shootern sehen. Du kannst mich raus, oder? Ja. Das sind Gunman, Sir. Ja, wir tragen auch Waffen. Ich stehe hier nicht. Da ist einer. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, der ist tot. Over there. Roger. Keep it up. Hands up. Ich bleib mal hier gucken. Ich bleib mal hier gucken. Schönes Deutsch. So. Also, der Raum war ja schon mal böse. Ob wir das noch schaffen? Ich hoffe mal, ne? Ach, jetzt fangen wir mal. So, ich bin hinter dir. Warte, ich kann nicht so schnell laufen. Ich bin ja am Bein getroffen worden. Warte auf mich, mein Pionier. Nein, 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 verlass mich nicht. Okay, nur unter die Tür. Dass du da bist, das dauert eh. Ja, das stimmt. A job? Das ist keiner. A girlfriend? You're so skilled. Was zur Hölle? Woher wissen sie, dass ich keine Freunde und keinen Job hab? Hm. Hm. Ähm. Also, der liegt da ungünstig. Ja, der liegt da ein bisschen ungünstig. Das stimmt. Entry Team to talk. We've got a wounded civilian. Ein wounded civilian. Dann nimm ihn doch mal den Kopf da aus der Tür. Also, sowas. Ich kümmere den gar nicht. Hier sind die Toiletten. Und noch einen Raum. Ich weiß noch nicht, wo der hinführt. Komm mal drunter. Ja, ich guck mal. Ach, der führt in die Eingangshalle. Na, ich guck mal unter die Klo-Tür. Geht auch einen anderen Weg gehen können, dann super. Geh natürlich mitten in den Raum rein. Da steht einer drin. In der Kabine. Links. Hat ne Shutgun. Den sieht man von der Tür aus. Vielleicht siehst du ihn, wenn ich die Tür aufmache. Achtung. Von hier? Klo-Türk, auf dem Boden. Warte. Dann steht's. Machst du ihn? Ich hab nur den einen gesehen, es tut mir leid. Ja, mach nix. Wunderbar. Seh ich mein Spiegelbild? Oh, Baby, seh ich gut aus. Ist der verzerrt? Aber Gott, es geht. Gucken wir mal hier unter. Gib mir Rückendeckung, man. Mach ich. Gib mir Cover. Da ist auch einer drin. Geradeaus durch. Hinter, über dir oder wo? Nee, geradeaus durch, jetzt. Zu schräg. Warte, ich mach mal die Tür auf. Vielleicht siehst du ihn. Oh, die Tür ist zu. Klasse. Oh, ich bin wieder... Warte, da kommt einer. Habt was gehört? Ja. Sehr schön. Das kommt, weil ich wieder gegen die Tür geschossen hab. Geh zurück. Geh weg! Geh weg von mir! Hände in den Luft! Geh weg! Geh runter! Geh weg! Einer gewischt ist in ohne Geise. Sehr schön. Entry Team, um zu sprechen. Wir haben einen Suspekt. Wir haben einen Suspekt. Wir sind es? Ja. Wir sind jetzt auf ihr all clear. Ja. Ah! Gib ihm das Pfefferspray! Ah! Ah! Blöder Kuh! Blöder Ochse! Blöder Ochse! Was mir nicht gefällt, ist, dass wir jetzt die Treppen hoch müssen. Einer von den beiden. Blöde Fahrstuhl, sie sind blockiert. Können wir die Tür nehmen? Ja, guck mal runter. Die sieht mir dicht an der Wand aus, wenn ich mit nem Raumweg rauskomme. Oh! Da steht ganz links einer mit der Geise. Na dann. Die Tür ist in der Hand. Ich hab einen Mann! Ah! Die Polizei! Auf Ihren Platz! Oh, das ist die Geisel! Fast hätte sie abgeknallt! Sieht, als ob ich auf einem Kampffeldung bin. Sicherst du ab, oder soll ich absichern? Ne, mach. Mach du mal. Oh, f***. Dann nehmen wir fest. Die Polizei! Geh nach! Warte, ich nehme ihn fest. Komm jetzt her, du Arsch. meine Güte die Gipfel reißen er hat er auch Prozent das habe ich auch geportet Mama Mia aber das Gebäude sieht schick aus altes Industriegebäude neu aufgemöbelt wenn ich ja gar nicht was das verstehe ich ja aber da kann es ja nicht so weit das war hier im Treppenhaus los kamen ja drei Leute, einer kam zuerst raus und oh sind tatsächlich an der Wand rausgekommen, das ist gut und ich kann nichts sehen da steht hier auf da ist nichts zu sehen können sich höchstens mal locken wenn wir einmal schießen, vielleicht kommt dann was Tür ist noch zu hm das ist auch nichts wir müssen jetzt irgendwo anfangen komm mal zurück bitte bleib dich hier, stell dich mal dahin, genau und dann guck mal nee, nicht dahin einfach hier, hier wo ich stehe noch dann kann ich guck mal hier unter, nicht dass ich hier abgeknallt werde so, was meinst du, ja klar sichere mich, sichere mich da steht direkt einer vor der Tür und er guckt auch noch auf die Tür jetzt hat er sich umgedreht da sind noch mehr drin warte er sieht uns nicht hinter uns ist einer lang gelaufen den Gang eben das war auch sehr schlau gerade das wird zu sehen, wenn du das Video guckst ich hab mich die, ich hab, als ich die Tür aufgemacht hatte hatte ich noch dieses, äh, Spionage-Ding in der Hand war auch clever doch, das ist Entry-Team, Suspekt tot äh, copy bitte, komm jetzt, komm jetzt komm jetzt es hat dir so lange warum ich kann nicht glauben, dass ich heute in der Arbeit gekommen bin nur für eine Stunde, sagte ich, ich werde mit zwei Uhr raus, sagte ich, ich werde mit zwei Uhr raus, sagte ich er ist verrückt oh, wir haben einen Warren Rooney gerettet, das war wahrscheinlich der Typ ja ja, wahrscheinlich der Boss oder so so, was ist hier? kommen wir da wieder in die Halle rein? guck mal lieber unter wahrscheinlich vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste vor allem war der Typ da hinten längst gelaufen oh, da geht's, äh in den Gang, ja, ah, da bist du so war das der Typ? jep da unten ist die, eigentlich, ist die, genau, das sind die Büros talk, this is Entry-Team, Suspekt killed copy, stay sharp was ist das hier? keine Ahnung hier geht's halt einmal rüber dann den Gang so, das ist jetzt sogar so drunter? ja oh das ist doch echt nervig da kommt da, ich kann dich dabei laufen hören ja, warte, ich guck jetzt trotzdem ja, der läuft, ist in dem Raum da jetzt ist er ans andere Ende gelaufen und steckt ihn dann in den Schreibtisch jetzt jetzt komm ich von hier ran ich mach auf ok siehst zu, warte komm ich von hier ran, wo ich stehe? hinter der Mauer quasi Müsstest du eigentlich Müsstest du eigentlich gut ey dann ne aber ich komm ran äh, das ist Entry-Team, Suspekt neutralized Suspekt neutralized für weitere Informationen na, das ist aber auch ein schönes Büro hier schick guck mal, der hat bloß klicken mach mal kurz die Kamera aus ich geh an den Safe ja so wir sollten nicht da lang gehen das ist zu offen ok, jetzt bist du da lang gegangen können wir noch zurückgehen dass ich so sehen dafür dass wir seit Beginn der Mission humpeln zumindest du ich humpel ja nicht weil ich bin von mir vor 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 ne, ist noch nichts drin ach so, das ist so ein Copy-Raum oder so da ist die Küche da steht keiner um die Ecke wenn er auch nicht in den Raum zurück auch eine schicke Küche Alter, was für die kleine Küche hier ist nichts weiter ja, schicke Küche ja, cool, wollen wir Videospiele spielen ja, was auch immer das für eine Konsole ist, aber will jemand ruderlegen hier? ja, lass uns zocken Philipps CDI vielleicht nein, das will ich nicht spielen hey, du bestückt nicht, ich verhalte dich haben wir noch rescue all civilians, it's in progress civilian ist okay, ready for evac immer noch das war nicht die letzte wir können mal die andere Treppe nochmal gehen da waren wir noch nicht wenn wir müssen oh, immer dieses Gerhumpel nervig ich gucke erstmal drunter ich möchte lieber dann von unten die Treppe angehen ja, wieder zurück ja, lass mal machen das ist besser, falls die da unter der Treppe stehen ich humpel schon mal vor oder auch nicht Gott, ich hab gedacht, da kommen jetzt einer entgegnern, sonst ist der da noch auf der Treppe liegen alter, der ist so langsam, selbst wenn er jetzt die Stufen läuft oh, jung lauf schneller hallo ich hab auch das Gefühl, der wird immer langsamer lebst du noch? ja, er rückt sich noch nimm ihn doch mal da weg kann ich ja nicht ach, okay ich mach die Tür zu da scheint es noch weiter runter zu gehen ja, dann müssen wir noch eine andere Tür müssen wir da wohl mal laufen wir können jetzt nach unten gehen oder nach oben? gehen wir erstmal nach oben ich hab hier da was gesehen, ne? ich mein, ich hab einen gehört ganz oben müsste es ja dahin gehen, wo wir eben waren ja, geht's auch was ist da? ich wollte gerade sagen, da ganz hinten steht einer das ist ein Fachaufsteller okay wir sind so Büroabteilung, Büroräume ja, aber jetzt ich will nochmal nachladen ich hab nur sieben Schuss wenn da jetzt ein paar mehr kommen ja, brauchbar ja, und so da liegt er noch im Bett talk, das ist Entryteam ich habe einen entgegenen Zivilisten, bereit zu evakuieren copy, die Hand ist in der Luft, komm her! mir auch nicht ich würde lieber den Blankgranat reinschmeißen irgendwie in der Mitte des Raumes mach ich auch mal mach das die Polizei! oh mein Gott! was ist er? okay mal retten ich glaube das ist passiert, feust mich! ich glaube da sagt, das nicht passiert, nicht schau' mich! Oh mein Gott. Boah, das ist ein Geisel. Zum Glück habe ich gerade noch verzogen. Hab ich im letzten Moment noch gesehen. Ich hätte wieder nachgeknallt. Ich guck mal, unter die Tür hier. Das war die peinste Nacht. So, lass mal sehen. Da ist der Serverraum. Der Serverraum sieht nicht gut aus. Da sieht man zwar nichts, aber da kann sich gut was verstecken. Wo bist du jetzt? Komm zurück. Du noch da, keine Sorge. Ich hab da nichts gesehen drin, aber das heißt nichts. Da habe ich schon geguckt. Ja, okay, dann mach auf. Ich stehe hier mittendrin jetzt, oder ist egal. Die Seite ist... Ah, das Ding ist schon wieder geschlossen. Bei mir versuchst du gerade die Tür zu knacken, unten am Rahmen. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Das hattest du ja auch schon gemacht, in der einen Mission. Also das Wort ist auf jeden Fall ein bisschen... Was heißt ein bisschen? Auf jeden Fall langsamer als... Rainbow Six. Muss man aber auch sein, wenn man sich hier nicht regeneriert. Ja. Gut, das konnte man bei Rainbow Six ja einstellen, ob man das wollte oder nicht. Realistisch und... Echt? Normal, ja, ja. Realistisch hast du halt auch regeneriert und dann langsamer. Nee, da hast du nicht regeneriert. Da bist du ganz schnell umgefallen. Okay, hier ist nichts. Das war noch eine Tür. Ich mach's hinter mir. Ich sagst du, jetzt hier ein bisschen gesichert. Mein Gott, schon wieder Windows-Fehler. Soll ich die jetzt einfach aufmachen? Warte. Äh. Okay. Ich sehe nichts. Dann nach dir. Ja. Wenn du, ob die Geisel ist. No, ja. Jesus, don't shoot. Na. Wie geil so, ja. Ja, wunderbar. Dann sind wahrscheinlich unten im Keller noch ein paar von den Klappsparten. Ja. Oh, ich schleiche da mal vorbei. Du kannst ja schon mal vorbeigehen. Folge mir unauffällig. Das kann ich machen. Ich mach mal die Tür zum Glück, das Fahrstuhlgeräusch, wenn er den gegen den Kopf bekommt. Hätten ihn ja auch da rausziehen können. Wir hätten Waren nehmen, den jetzt wahrscheinlich auch gemacht. News Open Dortmund runtergucken. Toes, wir wollen nur dort. Oha, Parkplatz. Offen, große Fläche, Autos. Gast, Tick. Ich glaub, da hat sich was bewegt. Ich bin mir nicht sicher, weil es zu weit weg war. Auf der rechten Seite. Holy joke. Och, komm. The door is closed, man. Warum machen wir dich immer leiser auf? Du kannst doch mit deiner größeren Shotgun ausgewählt, meine ich. Figula. Cooler. Ja, Gula. Cool. Ich wollte gerade das Motorrad in die Luft jagen. Lord, das war der letzte. Und to head back in. Gut work, guys. Let's head to debrief.